Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit den Herrn Sofort und mir, den Herrn, gleich auf unserem Kanal hier. Ja, dann schauen wir da mal rein hier in den Shop von heute. In die Mastery. In die Combo Mastery. Okay, erstmal gucken wir, ob es irgendwas anderes Neues gibt. Ansonsten, ja, hier haben wir das Teddy, Mythic Teddy Pack. Da ist ein Teddy und was haben wir da? Action Delivery, Force Lila, Butter Toffee, Stop Hitting Yourself und Tank Hill. Eigentlich ganz coole Karten, aber naja. Was haben wir hier? Ist halt ein Mythic Pack. Da haben wir noch von gestern die Actions Banker Box und den Philip J. Fry. Ansonsten ist hier alles gleich. Doch, da ist noch ein einfaches Paket. Toll. So, und dann gehen wir mal rein in die Combo Mastery von heute. Und da haben wir schon den ersten Knüller. Allerdings, 500 Gems, ey. Die Fart School Louise. Die ist mega geil. Die ist ziemlich, ziemlich effektiv. Also auch wieder Gasattacke. Und dann... Gibst du sie nicht aus? Was? Ich gebe dir dafür keine 500 Gems aus. Ich auch nicht. Spaß, nein. So, und dann hast du natürlich noch den Push nach rechts und links. Ja, also ziemlich nice Karte. Aber 500 Gems ist in meiner Meinung nach jetzt nicht wert. Dann kommt der nächste Knaller. Hier der Waffensicherheitsbieter. Ganz Safety-Bieter. Wer spielt? Ja, natürlich. Wer spielt den denn bitte noch? Bei Waffen-BGs zum Beispiel haut das Ding richtig rein. Oder bei... Wenn du auf einer Waffeninsel bist, beim Siege und du hast einen Pieder. Also, der kann auch unter Umständen den First Hit. Guck doch mal da. Geh mal da runter. Geh mal ein Stückchen runter. Jetzt guckt ihr... Stopp. So, nur alleine jetzt hier mit der... Hier, ganz normal mit der Epic schon. 12, 13, jetzt geht es um an einer Legendary. Das war jetzt nur 25. Was haben wir da jetzt? Geh weiter runter. Ich sehe es nicht. So. Das sind auch schon 30 Schaden gleich am Anfang. Damit kannst du unter Umständen auch einen First Hit eventuell... Hast du die Panty Gants? Und dadurch... Hä? Nein, die habe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Aber was haben wir denn noch? Gar keine Legendary sonst. Es gibt sonst keine andere Legendary? Nein, deswegen ist die so schlecht. Okay, ja. Wer hat bitte noch eine Flair Gun? Eine Ray Gun? Paper with Guns, Panty Guns in common und eine Rifle. Ist ja gut. Aber trotzdem ist die Combo eigentlich nicht schlecht. Also, ja. Okay, du hast recht. Ja, du hast ja recht, das ist in Ordnung. So, dann gehen wir in... Also 500 Gems ist auf keinen Fall wert. Dann gehen wir in die Dancing Camps, die kenne ich noch gar nicht. Mein Gott, wie krank. Alter, 35 Le... Also, Heilung. 22 Boxen, 23 Angriff, 10-fach Schild. Für alle. 78. Alter. Vor allen Dingen, was ist... Ja, der Dr. Seidberg, der ist in Mythic, das ist das Ding, das Vieh ist einfach krank. Das Vieh ist einfach krank. Und die Combo ist natürlich übelst. Also, wer da ein Mythic Seidberg hat, der muss da heute zugreifen. Weil das ist Psycho, aber par excellence. Also, wirklich für 1000... Ach, du heilige. Brutalst. Ahnung, für 1000? Na, ich ja eine Mythic Seidberg habe, möchte ich mich nicht auf jeden Fall kommen. So, dann gehen wir hier mal in den nächsten Reihen, in den Jean Leader. Oh mein Gott. Und ja... Wer braucht... Das braucht... ...einen Jean Leader. Ja, das braucht tatsächlich... Den braucht niemand. Nee, nicht wirklich. Absolut niemand. Die Combo ist nicht so stark. Nicht so stark oder schlecht? Ja, es gibt schlechtere. Ja, toll. Schulekarten, Schulekarten. Die einzigste Schulekarte, die in irgendeiner Weise cool ist, ist die Tom Landry Middle School. Das war's. Gibt es inzwischen genügend andere. Nein. Jetzt zeig mal, was haben wir nicht? Geh doch mal hoch. So, jetzt hast du da unten die Tom Landry... James Woods High School, ja. James Woods High School, Tom Landry Middle School. Da war noch welche da rum. Nein, das war's. Du hast da zwei Legis oben gehabt, oder? Ja, zweimal Tom Landry Middle School. Achso, einmal mit Rare und... Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, die Combo lohnt sich. Es geht wirklich, also... Aber den Seudburg, den hätte ich echt gern. Das ist ein Vieh, das ist abartig. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns mal ein Like da. Aktiviert die Glocke und... Leuget die Glocke! Und abonniert unseren Kanal. Schreibt uns. Schreibt in die Kommentare. Schreibt sich's mal geeinigt, wie da ist. Ich bin mit dem Bruder und mit uns beiden. Nehmen wir sofort und nehmen wir gleich! Und euer Vollpfosten. Bis dann, noch mal. Servus, ciao. Ciao.